Seit mehr als 100 Jahren betreibt die Familie Cartena in Argentinien Weinbau. Als eine der ersten verließ sie die Ebene Mendozas, um in den Hochlagen der Region Trauben anzubauen. Heute stammen von hier die größten Weine des Landes. Die Cartenas zeigen mit diesem Cabernet alle Vorzüge der High-Mountain-Wines. Dichte Reifefrucht, saftiger Biss, Komplexität, feine Holzaromen und eine tiefe Mineralität zeichnen diesen Tropfen aus.